Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Hosencraft Feed the Beast Server. Ich bin gerade dabei, etwas zu researchen hier in meinem kleinen Thorncraft Studio. Und zwar möchte ich gerne diese Warded Stones endlich haben und wie wir sehen, oh Gott, es dachte ich gerade, es funktioniert nicht, habe ich das Rezept schon fast fertig. Mir fehlt noch ein bisschen von diesem mechanischen Zeugs hier und ein bisschen Tutamen, ja was auch immer das sein soll. Rüstung offenbar. Defense, Protection und Security. Okay, das habe ich jetzt mit Leder. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es auf Button dieses Meshnimmer. Meshnimmer, ja, das auch. Ah, nicht gereicht, verdammt. Das sind offenbar keine gute Resource dafür. Ja, ich brauche diese Warded Stone Blocks, die da, für meinen Thronsaal oben. Ah, was mache ich denn? Verdammt, verdammt, gib mir Button. Da unten sind die Button, verdammte Axt. So. Okay, einer hat gefehlt. Discovery, endlich! Endlich! Einmal lernen, bitte. Wow, da ist gerade mein Minecraft abgespackt da oben. So, jetzt können wir endlich diese blöden Dinger machen. Endlich, endlich. Hat eine ganze Weile gedauert. Wir können ja mal eben in mein schlaues Buch gucken, wenn ich es finde, da oben. Was wir denn alles jetzt researched haben. Und zwar hier sind die Türen. Warded Stone and Doors. Okay. Ist dann wohl beides da? Also, wir fangen mal hier oben an. Das letzte Mal, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir diese Basic Alchemy researched, erforscht, heißt es auf Deutsch. Und wenn man diese Basissachen erforscht hat, kann man als nächstes Basic Artificing irgendwas erforschen. Und wenn man diese beiden Grundsätze erforscht hat, kann man diese Unified Stormic Field Theory machen. Und mit dieser kann man sich sowohl einen neuen Zauberstab machen, als auch man kann hier unten dann neue Rezepte auch endlich erforschen. Und genau, das hatte ich halt vor. Das habe ich halt gebraucht. Ich habe hier mal irgendwo ein bisschen irgendwelche Golems schon erforscht. Und irgendwas war hier oben. Die Dinger. Ich habe da so ein bisschen rumgespielt mit irgendwelchen Rezepten. Und mein Ziel war es halt, diese Warded Stones zu kriegen. Und die haben wir jetzt. Der nächste Schritt ist, dass wir die Steine jetzt bauen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das müssen wir mal ausprobieren. Wir versuchen das mal hier in dieser ganz normalen Werkbank. Und zwar, das Rezept sieht wie folgt aus. Ganz normale Steine hier und dort. Moment mal. Ich brauche, glaube ich, einen Zauberstab dafür. Ich habe immer so einen neuen Stab da gemacht. Der Unterschied ist, dass der ganz normale Zauberstab nur 50 V halten kann oder Vs. Und dieser kann 250 halten. Das ist schon ein Unterschied. So, sehr schön. Legen wir mal da rein. Dann brauchen wir zwei von den Dingern. Arcane Stone Blocks. Wir brauchen ein Zombie-Gehirn und wir brauchen Knochenmehl. Und tada, wir kriegen 32 von diesen Steinen. Warded Stone Blocks. Das ist sehr schön. Ich brauche weiße. Die haben gar keine Farbe. Sehe ich gerade. Okay, ich nehme die einfach mal. Ich weiß nicht, wie man die einfärbt. So. Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall. Diese Warded Stone Blocks sehen so aus. Und nur ich kann die wieder abbauen. Wahrscheinlich nicht mit dieser Pickaxe, sondern mit einer anderen. Ich brauche die halt, wie gesagt, in weiß. Ich brauche die in hellgrau, dunkelgrau und schwarz. Okay, also. Man kann die einfärben. Und zwar macht man das gleich hier. Man tauscht das Bone Mehl, das man normalerweise da unten hin machen würde, gegen den Farbstoff aus. Dann probieren wir das mal, ob das funktioniert. Ah, Light Grey. Da steht es ja. Und da steht White. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal hellgraue, weiße. Und jetzt mache ich noch eben dunkelgraue und schwarze. Um die schwarzen und dunkelgrauen Steine machen zu können, brauche ich wieder welche von diesen Arcane Stone Blocks. Und ich dachte, die können wir auch nochmal eben zusammen machen. Das Rezept dafür ist, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie sowas in der Art. Ähm. Zaubeiß da ab. Jawoll. Ähm. Formian Ingot. Vier Stück in die Ecke. Und in der Mitte ganz normale Stone. Ähm. Clean Stones. Dann kriegt man Arcane Stone Blocks. Genau. Und die brauchen wir halt, um diese anderen Dinger hier machen zu können. Da gibt eine ganze Menge Stein jetzt bei drauf, sehe ich gerade. Hirn. So. So. Und jetzt machen wir einmal schwarz. Sehr schön. Und wir machen einmal dunkelgrau. Wunderbar. Damit kann ich jetzt schon mal anfangen, den Fußboden oben auszulegen. Darauf warte ich nämlich schon eine ganze Weile, dass ich endlich dieses Zimmer hier, ähm, auch weiterbauen kann. Und es hat jetzt die ganze Zeit daran gescheitert, dass ich diese Warded Stone Blocks nicht hatte. Die haben wir jetzt. Und wir fangen einfach mal, ich denke mal hier am Rand an. Dann kann ich das ein bisschen koordinieren. Äh. Jawoll. Wir machen mal eins zusammen. Ein Muster. Damit ihr so eine grobe Vorstellung habt, wie das am Ende dann aussehen soll. Plöpp, plöpp, plöpp. Also zwei schwarze Blöcke in der Mitte. Damit fangen wir mal an. Und dazu hellgrau. Ist das hellgrau? Ja, das ist hellgrau. Oh Gott, die sehen sich so ähnlich. Das kann ja was werden. Hellgrau, hellgrau, hellgrau. Und in die Seiten dunkelgrau. Ähm, genau. Dieses Muster, das wiederhole ich jetzt durch den ganzen Raum hier durch. Und ich wechsle dann in der Mitte das Schwarz dann immer ab. Einmal mit schwarzen Blöcken und einmal mit weißen Blöcken. Und das sieht dann am Ende ziemlich nice aus, wie ich finde. Und dann haben wir für diesen Raum hier auf jeden Fall schon mal einen schicken Fußboden. Ähm, eine Bedeutung habe ich dafür dann immer noch nicht. Aber das kriegen wir dann schon irgendwie auf die Reihe. Da wird bestimmt irgendwas einfallen. Jetzt machen wir das eben auch nochmal. Weiß, weiß. Äh, eins zu weit drüben. Hier kommt weiß, weiß hin. Oh Gott. Äh, ich versuche das jetzt mal mit einer Diamant-Pickaxe. Weil ich glaubte, dass das rote Ding hier nicht funktioniert. Okay, das funktioniert auch nicht. Dann ist meine Vermutung, dass man das mit einem Zauberstab, mit einem Zauberstab macht. Okay, ähm, ja. Wardle Storm Logs kann man also nur mit einem Zauberstab rechts klicken. So wie man in diesem Spiel alles rechts klicken kann. Wunderbar. So, machen wir mal hier weiter. Mit diesem schicken Muster. So, das ist das Muster, das ich hier in meinem Zimmer wiederholen möchte. Das werde ich jetzt mal machen. Und wenn wir fertig sind, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Gut, da haben wir das jetzt auch fertig gemacht. Der Fußboden liegt jetzt so weit drin, wie wir sehen können. Ich habe hier vorne mal freigelassen, weil ich, glaube ich, den Aufgang zur Treppe ein bisschen anders gestalten möchte, als jetzt mit diesen Warded Blocks. Gefällt mir alles ziemlich gut. Der Fußboden sieht ziemlich nice aus. Und wir müssen natürlich uns dann Gedanken darüber machen, wie wir das Ganze beleuchten. Die Fackeln können wir hier natürlich nicht stehen lassen. Das sieht ein bisschen albern aus. Das können wir dann irgendwann anders mal machen. Jetzt ist auf jeden Fall, wow, es ist auf jeden Fall schon mal der Fußboden hier drin. Ist ein kleiner Fortschritt, aber gefällt mir ziemlich gut. Jetzt haben wir natürlich das Problem von diesen Dingern da, die wir gerade gesehen haben. Dadurch, dass ich ein bisschen uneffizient meine Verzauberung mache, kriege ich die ganze Zeit diese, ich glaube, die heißen Wisps oder so. Die sind dezent aggressiv und die schießen auf einen. Allerdings kann man die töten. Und man bekommt dann irgendwelche Essenzen, Wispy-Essenzen, bla. Da ist schon der Nächste. Ich habe natürlich ziemlich viel jetzt von diesen Steinen machen müssen. Und ich glaube, meine Umwelt flippt gerade total aus. Wir können ja mal da drüben gucken. Oh Gott. What the fuck? Hier fliegt XP durch die Gegend. Ja, da ist schon der Nächste. Und es würde mich nicht wundern, wenn hier noch mehr von den Dingern rumfliegen. Ja, das sind natürlich Sachen, mit denen muss ich jetzt aktuell erst mal leben. Ist so dramatisch eigentlich nicht. Sollte ich aber nicht auf Dauer so machen, sondern da sollte ich mich mal drum kümmern. Jetzt legen wir erst mal den ganzen Quatsch hier ab. Das kann erst mal alles hier rein, bla bla bla. Denn ich möchte euch gerne meine Bäume noch weiter zeigen. Und zwar haben wir das letzte Mal ja angefangen, hier zu versuchen, Bäume miteinander zu kreuzen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Wir haben diesen Kapuk oder Kapok oder wie auch immer diese Baum heißt, bekommen. Das ist, glaube ich, der hier. Den haben wir uns zusammen gezüchtet. Und ja, jetzt habe ich diesen Kapuk, Kapok, Kapikapu, Pikachu-Baum hier hingestellt und versuche den, meine Güte, und versuche den mit einem Teakbaum zu kreuzen. Denn wenn ich das tue, dann bekomme ich, war es hier drin? Nein, dann bekomme ich nämlich Ebony-Saplings. Genau, das ist nämlich mein Ziel. Das ist das, warum ich das überhaupt mache, warum ich die Bäume miteinander kreuze. Ich möchte nämlich Ebony-Holz haben. Können wir uns das ja mal angucken. Eboni. Das ist dieses ganz, ganz dunkle Holz hier. Fast schwarz. Und ja, das möchte ich super gerne haben. Das würde super gut zum Schloss passen. Und das bekommt man, indem man Teak mit Kapuk kreuzt. Und ich habe auch schon ein Sapling. Ich habe ungefähr eine Chance von 10 Prozent, dass ich so ein Sapling bekomme. Wir sehen, ich habe schon ganz, ganz viele von den anderen Dingern hier und erst einen einzigen Ebony-Sapling. Und ich brauche neun Stück, um so einen Baum anzupflanzen. Und sobald ich dann diesen Baum habe, sollte das auch kein Problem mehr sein. Dann kann ich nämlich Saplings vom Baum selber bekommen und muss nicht hier auf irgendwelche Kreuzungen hoffen. Jetzt habe ich natürlich hier unten eine relativ kleine Fläche. Ich habe jetzt mittlerweile vier von diesen Apiaries hier rumstehen. Und das geht relativ fix, bin ich der Meinung. Also ich kriege hier regelmäßig neue befruchtete Blätter, wo ich mir so ein Sapling raushauen kann. Wir können mal gucken. Aktuell ist es, ich sehe ein bisschen schlecht, gerade weil es so dunkel ist. Und es ist wirklich teilweise schwer zu erkennen in diesen Kapok, ich sage jetzt einfach mal Kapok-Bäumen. Es wird dann irgendwie so ein bisschen dunkelgrün, hat einen bläulichen Stich. Ja, das sieht man ein bisschen schwer. Auf jeden Fall war mir das ein bisschen zu wenig und ich habe jetzt hier oben eine größere Farm angelegt, sage ich mal. Wo wir einfach unten ganz viele Bienen haben und Massenhaft Bäume hier oben zur Verfügung gestellt haben. Damit ich hier eine größere Chance habe, dass ich so ein Sapling kriege und damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Jetzt muss ich mal gucken, irgendwo hier oben hatte ich einen befruchteten Baum. Ist natürlich jetzt schwierig zu sehen. Da unten. Da, man sieht es fast gar nicht. Der hier. Das ist ein ganz, ganz dezenter Unterschied. Und da haue ich jetzt mal drauf und wir kriegen wieder keinen Aboney, sondern so einen Kapok-Sapling. Okay? Okay, das ist das, was ich weiterhin machen muss, bis ich meine neuen Saplings zusammen habe. Und dann kann ich das Ganze auch wieder abreißen, weil dann habe ich, glaube ich, die Bäume, die ich erstmal haben will. Dann habe ich in der letzten Folge ebenfalls angefangen, die Schilder an den Subscriber-Zimmern auszutauschen. Und zwar habe ich die Schilder weggemacht und ich habe da so ein Information Panel hingemacht. Dafür brauche ich eine ganze Menge Kabel und Gummi und so ein Gedöns. Deswegen stehen jetzt hier so ein paar mehr Gummibäume rum. Das ist bei mir auch ziemliche Mangelware. Allerdings produzieren die diese Gummibäume hier relativ viel und relativ schnell. Von daher kann ich das relativ fix machen. Und ich habe in den Kommentaren schon angedeutet, dass ich diese Information Panels einfärbe. Und zwar, wir können ja mal kurz hochgehen. Hier über den neuen schicken Fußboden düsen. Und zwar kann man in diese Information Panels Textkarten reinmachen, so wie hier. Da sehen wir das. Da kann ich dann Text quasi displayen auf diesem Information Panel. Und was ich auch machen kann, ich kann diese Dinge einfärben. Das habe ich oben schon mal gemacht. Und zwar habe ich das hier drüben gemacht bei DC Caps. Da war das Thema blau-weiß, blau-weiße Wolle oder irgendwie sowas. Und deswegen habe ich dieses Panelist hier vorne einfach mal blau und weiß gemacht. Und das kann man machen mit diesem Color Upgrade. Und davon werden wir jetzt gleich mal eins zusammen machen. Und zwar brauchen wir dafür eine ganze Menge Farbe. Mein Problem sind momentan die Inksecs. Das ist mein allerletzte, deswegen können wir nur noch eins machen. Hier habe ich noch eins. Dann brauchen wir Farbe. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr welche. Ich nehme einfach alles mit. Brauche ich da Papier für? Oder warum ist hier Papier drin? Redstone. Okay. Dafür brauchen wir Color Upgrade. Da ist das. Diese Zutaten. Und dafür brauche ich auch wieder ein Copper Cable, wie ich gerade sehe. Okay. Habe ich hoffentlich noch genügend. Ach na, kein Problem. Okay. Color Upgrade. Und zwar muss man bei diesem Color Upgrade darauf achten. Und das habe ich am Anfang falsch gemacht. Dass man wirklich die Reihenfolge, die einem hier vorgegeben wird von diesem Hilfe-Dingens, dass man die auch einhält. Also man kann zum Beispiel das weiße Bone Meal nur da hin machen und den Inksec nur da und ja und so weiter. Moment. Rot, Gelb und Grün. Und dann bekommen wir auch schon ein Color Upgrade. Und zwar muss dieses hier Magenta sein. Ich hatte zum Beispiel am Anfang gedacht, dass das pink ist und habe mich gewundert, warum das nicht funktioniert. Ja. So macht man auf jeden Fall diese Color Upgrade. Das können wir nochmal schnell hochdüsen und gucken, wie man das Ganze einsetzt und wie das dann funktioniert. So. Dann machen wir das mal am besten hier zum Beispiel beim Zottel LP Gamer. Da haben wir relativ viele Orangetöne, deswegen gucken wir mal, ob wir das nicht irgendwie dieses Schild, ob wir das Orange machen können. Das Color Upgrade geht dann hier unten rein in dieses Feld. Und dann bekommen wir hier so einen neuen Button. Den können wir anklicken und dann können wir hier sowohl die Screen Farbe einstellen. Das war das Orange. Und dann können wir auch noch den Text einfärben. Was sieht denn da ganz schick aus? Orange geht, glaube ich, gut mit Weiß. Gucken wir mal. Dann ist das ganze Ding eingefärbt. Das geht relativ einfach, ist aber sehr ressourcenkostspielig. Schweres Wort. Hier haben wir relativ viel schwarz. Das habe ich nur noch eins. Das hauen wir einfach mal hier rein. Wir können das ja mal schwarz machen. Oh. Das können wir wirklich sehr schwarz machen. Weißer Text, glaube ich. Das sieht ganz nice aus. Jawohl. Und so kann ich auf jeden Fall diese Informationspanels hier noch ein bisschen individueller gestalten. Ist dreimal besser, als einfach nur ein Schild daneben zu packen. Und ja, nicht vergessen, dass man das unten drunter mit einer Redstone-Fackel irgendwie powern muss. Das ist hier, das bietet sich hier ganz gut an, weil ich unten drunter, momentan sieht man die Fackeln hier überall noch, da zum Beispiel. Auf jeden Fall werde ich hier unten ja noch eine Decke heran kleben und dann sieht man die Fackeln auch nicht mehr. Und dann ist das auch geregelt. So, diese Informationpanels brauchen definitiv ein Redstone-Signal. Dann fehlen heute ja eigentlich nur noch die Subscriber-Zimmer und wir haben hier auch schon mal so einen kleinen Sneak-Peak auf das, was wir dann in der nächsten Episode sehen werden. Denn ich schaffe das heute leider nicht mehr, noch weitere fünf Zimmer zu bauen. Ich bin, wie ihr seht, fleißig schon dabei. Okay, und das hat folgenden Grund und zwar arbeite ich momentan mit einem anderen Kollegen zusammen an einem relativ aufwendigen Projekt und ja, da muss ich ganz viel Zeit investieren. Und ja, das dauert ein bisschen, deswegen habe ich ziemlich viel zu tun, was das angeht und habe es leider nicht geschafft, jetzt hier noch die Subscriber-Zimmer fertig zu bauen. Die sind das nächste Mal dann fertig und ja, bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.